Hallo Freunde der virtuellen Labwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch 4-fach. So, als erstes stellen wir hier mal auf die 120er Quaderballen. Dann sehen wir auch, dass unser Fast Truck angekommen ist an der BGA Nord. Das ist ja schon mal auch nicht schlecht. Jetzt sammeln wir hier aber erstmal schön schnell die ganzen Grasballen ein. So. Da, 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 zuck, 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 einer nach dem anderen wird hier aufgeladen. Ach ja, hier haben wir ja den einen Big M. Och nö, den haben wir ja noch nicht umgestellt. Okay, nicht schlimm. Das Gute ist ja, dass wir auf jeden Fall ein wenig Gras bekommen für unsere ganzen Produktionen. Sei es dann die Heutrocknung, der Fermenter, der Komposter und wir dann noch ein wenig den Überschuss in Silageballen umwandeln können. Oder beziehungsweise nicht können, sondern müssen eigentlich. Wir müssen ja den Überschuss umwandeln eigentlich. relativ eng fahren, ja, das sieht doch gut aus. So, letzte Ebene zum Befüllen. Zack. Ja, die letzte Ebene, die tut er eigentlich immer beladen, wie er lustig ist. Da haben wir eigentlich so gut wie gar nichts mitzureden. So. Aber theoretisch können wir ja schon mal direkt starten. Ja, zwei Ballen waren es, wo jetzt eigentlich zu wenig draufpassen auf den guten Auflieger. Beziehungsweise, jetzt müsste einer übrig bleiben und dann haben wir noch mal ein paar, wo übrig bleiben. Upsala. So, wir laden das jetzt erst mal ganz gemütlich. Na genau, wir haben ja hier nichts mehr drin im Arbeitsplan. Hoppala. Sag mal. Wir haben den auf jeden Fall schon mal aufgeladen. Was ist mit dem hier? Stimmt mit dem nicht. So. Haben wir auf jeden Fall nochmal zwei Ballen, wo wir so aufladen können. Und wir haben auf jeden Fall auch wieder den Platz, dass wir zumindest nochmal das, oder den Miststreuer, nochmal ein Feld weiter beschäftigen können. Aber das ist auch immer ganz wichtig. Obwohl man jetzt schnell rennt, äh, tut er das relativ gut, äh, behalten, ne? Egal. Zack. Jetzt haben wir mal ganz schnell einfach 360.000 Liter draus gemacht, wo wir jetzt hier transportieren können. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Äh, ich würde sagen, wir fahren das zuerst an die, äh, Heutrocknung. Das wäre, glaube ich, so der gute Plan. An die Heutrocknung, weil dann ist das ja auch schon mal drin. Und das ist ja auch die Produktion, wo mehr Gras benötigt. So, wunderbar. So, dann müssen wir hier jetzt reinfahren. Guckt, ein bisschen vor, bremsen. Und nicht, dass wir hier wieder umfallen. Wie so ein Boxer, K.O. in der fünften Runde oder so. So. Ah, ein klein bisschen noch zurück. Müsste so theoretisch sich reinziehen. Ah, das macht er auch. Macht er auch alles bis auf, äh, wir haben jetzt hier, äh, 20.229 Liter. Okay. Heutrocknung ist voll mit Gras. Also ist schon mal auch nicht schlecht, ne? Also kann man so definitiv durchgehen lassen. Eigentlich. So, und dann geben wir das letzte hier ab. Und dann darf der LKW auch zur 33 fahren. Und hier sind wir natürlich auch an der 45. Und ich würde mal sagen, dass der hier dann gleich losfahren darf. Arbeit beendet. Barrier, das muss, glaube ich, die Ballenpresse sein. Wir werden es ja gleich hier sehen, wer das war. Ja, das war natürlich die Ballenpresse. So, wir machen das erstmal weg. Und, äh, BGA Nordeinfahrt soll dann mal hinfahren. Einfach, dass wir in Dorten haben, ne? Weil, brauchen tut man ja. Und wir machen dann hier schon mal, ich würde sagen, direkt weiter. Wenn wir mit Zeit haben, hier mal zack, ein bisschen drüber fahren. Um einfach nicht wieder eine komplette Folge hier was machen zu müssen, beziehungsweise wir haben jetzt gerade die Zeit und dann können wir sie auch hier sehr gut nutzen. Also, jetzt hat schon wieder jemand die Arbeit beendet. Wer ist denn das? Dann ist der 10,50. Das ist der 10,50. Aber der muss jetzt noch einen kleinen Moment warten. Zumindest bis ich hier nach hinten gefahren bin. Und das bin ich nämlich jetzt. Also, genau jetzt. Äh, der 10,50. Wie viel hat er noch drin? 40 Prozent. Ja, gut, den können wir dann hinfahren lassen, dass der hier eigenständig Feld 14 dann macht. Das dürfte ja gar kein Problem sein. Erster Wegpunkt. Upsala. Zack, zack. Dann müsste der jetzt theoretisch hinfahren und das völlig autonom dann erledigen, die Aufgabe. Und hier nimmt jetzt schon mal die Mission baumfrei auf der Insel beziehungsweise die Mission baumfrei auf der Insel geht jetzt langsam aber sicher gegen Ende. Ja, hier hat der Baum nicht ganz gepasst. Der war schwebend. Aber egal. Jetzt ist angekommen, BGA, Einfahrt Nord. Ja, das können wir ja erstmal wegmachen, weil wir das nicht brauchen. Jetzt ist der andere angekommen. Bei uns an der BGA, äh, am Feld 33 sieht die in der BGA. So, irgendwie möchte der hier gerade nicht sägen. Jetzt macht das. Er kann auch minimal hoch machen. Also, das war jetzt relativ knapp. Also, ich weiß es gar nicht, was jetzt aktuell los ist. Aber irgendwie möchte die Brooks hier nicht mehr richtig arbeiten. Vielleicht haben wir auch schon zu viele Bäume gefällt, ne? Das kann natürlich auch sein. Nein, Spaß. Also, zu viele Bäume kannst du auf der Marsch eigentlich gar nicht fällen. Würde mich mal interessieren, wer von euch die NF Marsch spielt und wie viele Bäume ihr dann so circa schon gefällt habt auf der Marsch. Wenn ich jetzt hier fertig bin mit den paar Bäumen noch. So. Den letzten Baum noch? Nein, schauen wir mal nach. Wie viele Bier dann schon gefällt haben hier auf der Karte. So. Das heißt, erstmal müssen wir zu unserem LKW finden. Aber ganz entspannt. Oh, dann können wir erstmal die... Ja, gut, das ist auch knapp eine Million, ne? Knapp eine Million Hackschnitzel überladen. Sehr schön. Sind wir hier schon mal angekommen, das ist gut. Ich wollte aber nachschauen, wie viele Bäume ich dann schon gefällt habe hier auf der Marsch. Und zwar, wo sind sie denn? 714 Bäume haben hier schon gefällt auf der Marsch. Gut, gepflanzt haben wir auch schon einige wieder. Aber, ich würde mal sagen, die Anzahl an Bäumen, die wir gefällt haben, die kann sich wirklich sehen lassen. Würde ich mal so ganz grob behaupten. Also, 714 Bäume, das ist schon ordentlich. Gut, wir haben einen Großteil einfach nur weggeheckselt oder weggefräst. Ja, das weiß ich auch. Und, ja, ist zwar nicht ganz so die feine Art gewesen eigentlich, lauften trotzdem zu uns rein in die Wertung. Aber so ist das nun mal. So. Ein bisschen ausholen, dass wir hier auch die Bäume, sag ich schon, die Ballen hier an der Seite natürlich auch gut mitkriegen. Aber ich habe mir hier so ein bisschen eine andere Taktik überlegt. Da ich ja eigentlich mitten auf dem Feld eben anfange und ich weiß, dass ich ja als eine Bahn überhätte, habe ich das jetzt so gelöst, dass wir das eben erst zurückfahren, dort sammeln, dann umdrehen und dann diese halbe Bahn sozusagen wieder zurückfahren, beim Zurückfahren mit aufsammeln. Dann haben wir ungefähr eine halbe Bahn, eine halbe Bahn und dann eine halbe Bahn, eine halbe Bahn. Da ist es ein bisschen tricky. Das sage ich jetzt mal. So. Aber nichtsdestotrotz... Okay, ne, hier ist es doch wieder anders. Okay. Also hier ist es wieder ganz anders, ne? Das ist... Oh, ärgerlich. So. Okay. Also das war eigentlich nicht gut. Muss ich mir fürs nächste Mal merken, dass ich hier eine Bahn, also die halbe, eine Bahn nehme und dann... Voila. Moment. Und dann eben zwei Bahnen, eineinhalb Bahnen oder eine Bahn lang doppelt mache, sozusagen, ne? So, aber jetzt hier passt jetzt noch ein Ballen drauf. Zack. Et voilà. Machen wir mal zu. Und der soll ja an Hof fahren. Der Kollege. Und wir sehen, ist der hier auch schon wieder fleißig dabei an, ähm, ja, Mineraldünger verteilen oder halt an Naturdünger verteilen. So, speichern wir erst mal. Okay. Das heißt, wir gehen wieder hier nach oben. Wir sehen auch, dass das eigentlich wieder passt. So, vom Volumen her. Aber... Es sollte irgendwann hier baumfrei sein, ne? Und deswegen... Machen wir... Sala. Möchte nicht. Aber jetzt... Auch wenn er nicht möchte, er muss... Aber er muss einfach auch die Bäume hier wegmachen. Wegnehmen. Egal wie. So. Dann nehmen wir erstmal hier die Tanne hier weg. So. Ja, hier müsste ich eben keine Bäume mehr haben, ne? Das ist... Ja, hier... Ich weiß nicht, ob das jetzt einer von euch verstehen kann. Ist halt einfach auch so, so ein... Ja, ich hab's noch nie geschafft, die Marsch. Baum frei zu haben. Und das ist irgendwie so ein kleiner... Kleiner Traum. Aber das Problem ist, da ich ja Bäume wieder pflanze, kann ich nie sagen, wie viele Bäume... Wo doch... Kann ich ja abziehen. Wenn ich alle gefällt hab, kann ich ja die gepflanzten Bäume ja eh wieder abziehen von den gefällten. Und dann müsste es ja eigentlich wieder passen. So. Und da sind wir hier auch vergessen, oder noch nicht gemacht, die Baumstümpfe entfernt. Das ist gar nicht gut. Kann man hier wieder einfach nur mit dem Harvester, da die Bäume gefällt gehabt. Und dann sozusagen nach mit die Sintflut. Das ist nicht gut. So. Das heißt, ich muss jetzt hier trotzdem mal ein bisschen rüberfahren. Da hätten wir auch noch einen. Wenn wir mal so grob ein bisschen gucken, ob wir hier nochmal was finden. Ja, hier hinten haben wir noch zwei. Einmal hier und einmal hier. So, das passt ja glaube ich jetzt hier. Aber hier unterwegs nach vorne war noch irgendwo einer. Zumindest hier zum Beispiel ist einer. So, aber das sieht doch gut aus. So, dann haben wir hier natürlich nach vorne auch nichts gemacht. So, dann haben wir es ja auch noch gefällt. So, dann haben wir es ja auch noch gefällt. Die Bäume. Tschau, tschau. Tschau. Tschau.